Hier in Slema an der Promenade stehen nebeneinander die beiden Hotels Milano Due und Hotel Waterfront. Ich genieße nun den wunderschönen Blick vom Hotel Waterfront hier in Slema, über den Hafen und auf die Hauptstadt Maltas. Blabaletta. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich heute auf der Insel Malta. Es ist der 9. April und ich glaube Sie sehen wie schönes Wetter mich hier empfängt. Es ist blauer Himmel, es hat sicher schon 20 Grad und ich werde heute meinen Hotelrundgang hier auf der Insel machen. Begleiten Sie mich und besichtigen Sie mit mir die Hotels hier auf dieser geschichtsträchtigen Insel im Mittelmeer. Ich freue mich und ich hoffe, dass auch Sie Ihren nächsten Urlaub hier mal verbringen werden. Ihr Robert Klebeck Ich freue mich.